Musik Musik Und zwar geht es um das Gebäude, das vorher an dieser Stelle stand. Und zwar ist das ja der Palast der Republik gewesen. Und da ich in diesem Haus zum Beispiel von Anbeginn bis zum Abschließen gearbeitet habe, bin ich heute mitverantwortlich für die Durchführung dieser Veranstaltung. Sie findet im Saal 1 statt. Was bedeutet das Bild genau, wenn ich mal kurz fragen darf? Das ist quasi damals, wo der Palast der Republik abgerissen wurde. Und das hier erbaut sind halt die Leute, die da am Schaffen waren. Und Sie malen das jetzt nach? Ich male das nicht nach, ich interpretiere das so ein bisschen neu. Ah, neu. Genau, also es ist eher so ein bisschen post-sowjetisch-realistisch mäßig, wie so ein Sowjet-Gemälde, Sowjet-Bild. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017